Fünf Freunde. Fünf Freunde sitzen dicht an dicht. Sie wärmen sich und frieren nicht. Der Erste ruft, ich muss jetzt gehen. Der Zweite sagt, auf Wiedersehen. Der Dritte, der verlässt das Haus. Der Vierte geht zur Türe raus. Der Fünfte ruft, hey, ihr, ich friere. Da wärmen ihn die anderen vier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017